so leute willkommen zu einem neuen kleinen kurz informationsaktionsvideo und zwar es geht um maurice u71 duisburg ihr wisst ja ich habe gestern doch gestern dankeschöns video hochgeladen und das fand ich sehr gut drei likes ist gut angekommen und zwar ich mache jetzt eine aktion der weiß schon davon aber der guckt nachher das beste und zwar leute ihr müsst unbedingt bis weihnachten wenn ihr wollt oder nicht weil der ist auch bus zu straßenbahn u-bahn alle nahverkehrs züge busse bahnen u-bahn fahren und er kennt sich sehr viel damit aus also mit zügen kennt er sehr viel aus mit bussen ist da helfe ich ihm mit den bussen und mit der straßenbahn da kennt er sich auch sehr gut aus und ich auch mit zügen kenne ich auch schon ein bisschen aus also ein paar zügen kenne ich wie jetzt class 66 herkules vetron luke miller und taurus die kenne ich alle und so und luke lox kenne ich noch teilweise halt die ic züge thales und rx kenne ich aber maurice hilft mir auch ein bisschen dabei was für eine baureihe von die züge sind alles und und der hat so modell als man deswegen guckt auf jeden fall auf sein kanal rein da wird sich sehr freuen und ich würde einfach mal sagen die aktion geht dann bis zum 24 12 2022 also am heiligabend um 23.59 geht diese aktion falls er immer noch wenig irgendwo nennen hat sag ich erst ab weihnachten erst und ja auf jeden fall abonniert ihn der wird sich ja freuen der link ist unten in video beschreibung und ja ich würde sagen bis dahin schau euer bussen tradespot reinrohr bis dahin tschau ach ja stimmt kleine information vorne boris tut extra für mich spotten weil ich kann nicht mit meinem handy sogar so gut spotten weil das handy sehr alt ist und das spinnt aber ich krieg im weihnachten neues und dann bin ich richtig dabei wieder zu spotten videos zu drehen und so ich würde einfach mal sagen bis dahin tschau